Mein Name ist Markus Fiedler, ich bin Lehrer und Journalist und ich wurde von Uwe Schatthauer gebeten, eine Videobotschaft aufzuzeichnen. Es ist mir eine Ehre und eine Herzensangelegenheit, das genau jetzt an dieser Stelle zu tun. Druschpa Die überwältigende Mehrheit aller Deutschen will Frieden. Im Zweiten Weltkrieg starben insgesamt etwa 65 Millionen Menschen. Darunter etwa 24 Millionen Russen, die durch die deutsche Wehrmacht ermordet wurden und etwa 8 Millionen Deutsche. Wie kann man die Dreistigkeit besitzen, vor diesem Hintergrund Krieg mit Russland zu forcieren? Das, was unsere Regierung macht, ist brandgefährlich, aber das ist nicht das deutsche Volk. Wir wollen keinen Krieg. Als ich einen Außenminister Heiko Maas gesehen habe, ist mir schon manches Mal Angst und Bange geworden. Insbesondere die deutsche Beteiligung am Angriffskrieg auf Syrien hat mich schockiert. Aber immerhin hat Maas nicht alles, was an wahnsinnigen Ideen aus dem transatlantischen Lager kam, dann auch mitgetragen. Trotz allem, ich halte den Mann für untragbar. Ich dachte, schlimmer als Maas geht's nimmer. Da wurde ich nun eines Besseren belehrt. Annalena, ich kann keinen Satz gerade aussprechen, Baerbock. Diese Frau ist noch viel gefährlicher als Maas. Nicht, weil sie so gerissen wäre. Nein, weil sie ausgesprochen dumm ist und eine Marionette des World Economic Forums und wer weiß, von wem noch alles. Wir haben derzeit überhaupt nur dumme und schwache Politiker an der Regierung, die sich um Menschenrechte einen feuchten Kiricht scheren. Diese Regierung bringt es fertig und füllt uns geradewegs von einer faschistischen Corona-Diktatur, die sie bereits etabliert hat, in einen atomaren Krieg mit Russland. Und dann ist es hier aus. Ich weiß nicht, ob allen Deutschen das klar ist. Hier in Deutschland wird eines der Hauptschlachtfelder sein. Ein atomar verstrahltes Schlachtfeld. Was in so einem Krieg passieren wird, wird unaussprechbar sein. Dagegen war der Zweite Weltkrieg ein Kindergeburtstag. Und ich sehe, dass genau dieser Wahnsinn vorbereitet wird. Was die Baerbock an Bockmist auf der Pressekonferenz in der Ukraine über die territoriale Integrität dieses Landes gesagt hat, und dabei wieder einmal beim Fremdwörter aussprechen total versagte, erfüllt schon die Ankündigung einer Beteiligung an Kriegsvorbereitung gegen Russland. Sie zündeln wieder an einem weltumfassenden Krieg und meinen wohl, dass sich das regional begrenzen ließe. Und dieser Bockmist wird offenbar von unserer Regierung mitgetragen. Ich habe keinerlei Relativierung oder Entschuldigung für diese unsäglichen Äußerungen Baerbocks vernommen. Und das, obwohl allen klar ist, dass Russland niemals in den letzten Jahrzehnten aggressiv gegen Europa vorgegangen ist. Es war immer nur auf seine Sicherheit bedacht, weil er schon mehrfach schlechte Erfahrungen mit uns gemacht hat. Erst marschiert Napoleon ein, dann zweimal die deutsche Wehrmacht. Das Dumme mit den Deutschen ist, dass sie preußisch korrekt jeden Befehl ausführen. Das haben sie vor 80 Jahren gemacht und jetzt scheint es mir so, dass viele nichts dazugelernt haben. Nur wenige Soldaten haben wirklich verinnerlicht, was es heißt, für Menschenrechte und das Grundgesetz einzustehen. Und wir haben keine Wehrpflicht mehr. Das sind keine Bürger mehr in Uniform bei der Bundeswehr, so wie es früher einmal war. Wie viele Soldaten von dieser hochgezüchteten Berufsarmee würden einen Marschbefehl gegen Russland wegen verfassungswidriger Befehle verweigern? Ich befürchte, dass man denen nur einen flotten Marsch spielen muss und dann marschieren die wieder nach Stalingrad. Und die Anfänge sehen wir schon. Es stehen dreimal so viele NATO-Panzer an der russischen Grenze, als 1941 die Wehrmacht hatte, um Russland anzugreifen. Natürlich, die wollen nur mal eben Manöver machen. Ein Wahnsinn. Das geht natürlich nicht in der Wüste von Nevada, das muss man direkt an der Grenze von Russland veranstalten. Was würden Sie machen, wenn Ihr Nachbar ständig mit der Schrotflinte am Gartenzaun herumfuchtelt und sich mit ihm ständig über den Kirschbaum auf der Grenze streitet? Sollen die Russen denken, der will ja nur spielen? Natürlich nicht. Ich würde denken, dass der Nachbar wohl nicht mehr ganz sauber tickt und genauso würde ich mich mit ihm gegenüber verhalten und ich würde vorbeugend Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Diese NATO-Psychopathen, die hier ganz offen den Krieg suchen, haben mit freiheitlich-demokratischer Grundordnung genauso viel am Hut wie ein Schlachter mit vegetarischer Ernährung. Die Marionette Baerbock gehört sicherheitshalber weggesperrt, wie auch die gesamte Regierung und ein Großteil des Bundestags. Aber dieser Wunsch wird mir wohl nicht erfüllt werden. Ich kann nur sagen, diese sozialen Rohrkopierer und NATO-Vasalen, die habe ich nicht gewählt. Die Mehrheit der Deutschen hat diese Regierung nicht gewählt. Wir wollen Friesen. Wir wollen Frieden. Diese Regierung offenbar nicht und spielt mit dem Feuer, wie schon die Regierung unter Merkel vor ihr. Halte ich deswegen Wladimir Putin für einen Lupenrenn-Demokraten? Nein, bestimmt nicht. Aber wenn man mich fragte, würde ich diesen Präsidenten und seinen Kabinett sofort, ohne zu zögern, unsere Regierung vorziehen. Nicht Putin will Krieg. Die Matschbörner Joe Biden will ihn. Obwohl ich eher glaube, dass der inzwischen total sinil und ebenfalls fremdgesteuert ist. Ich selbst war noch nie in Russland, kenne aber einige Russen hier in Deutschland. Ich komme mit denen ausgesprochen gut klar. Russen sind direkt in ihrer Art. Ein ehrliches, vorniges Gesicht oder ein ehrliches Lächeln. Damit kann ich sehr gut umgehen. Es sind liebenswürdige, warmherzige Menschen. Und selbst in der Steppe, wo man über zig Kilometer keinen Menschen sieht, findet man Russen, die über die geopolitische Lage in Europa besser informiert sind als die meisten hier in unserer Hauptstadt Berlin. Es war von jeher englisches und amerikanisches Denken und es war ihre Politik, dass Europa, vor allem Deutschland und Russland, voneinander entfremdet werden sollten. Wer noch Wissenslücken hat, sollte sich die ersten Seiten des Buches The Grand Chessport oder im Deutschen Die einzige Weltmacht Amerika-Strategie der Vorherrschaft von Zbigniew Brzezinski durchlesen. Darin wird das ganz unverblümt ausgesprochen. Brzezinski war Berater mehrerer US-amerikanischer Präsidenten und ausgemachter Russenhasser. Solche Menschen steuern die Weltpolitik. Ich möchte mit einem Zitat vom Kabarettisten Uwe Steimle enden. Er sagte, Wenn wir Deutschen doch irgendetwas begriffen haben, dann ist es doch das, und wenn wir noch hundert Jahre den Kitt aus den Fenstern fressen müssen, aber nie wieder Krieg. Lasst uns diese Psychopathen mit ihrem ewigen Kriegsspiel zum Teufel jagen. Mir nie bezdobrach ljudi, no dabro должно być skulakami. Läu Denken den Inter gegen